Sagen Sie, mögen Sie Agentenfilme, Mr. DeVille? Ich liebe jede noch so weit hergeholte Handlung. Grandios, bombastisch, unterhaltsam, Erste Liga, mit Abstand einer der besten Filme der letzten Jahre. Wir sind Kingsman, ein internationaler Geheimdienst, der auf der höchsten Geheimhaltungsstufe operiert. Ich habe schon Großes erwartet aufgrund der Besetzung und des Regisseurs, aber meine Erwartungen sind übertroffen worden. Ich bin überwältigt, also es ist wirklich ein krachender Agenten-Thriller mit Top-Besetzung. Wer sind denn Sie? Der Mann, der dich rausgeholt hat. Taron Edgerton fand ich total super. Oh ja, sehr geil. Ich glaube, dass da gerade ein James-Bond-Nachfolger geboren wurde. Dieser Twist vom Roll in Anführungsstrichen zum Gentleman, das ist fantastisch. Wenn du bereit bist, dich anzupassen, unterbreite ich dir das Angebot, ein Kingsman zu werden. Das ist es? Natürlich nicht. Das ist so eine Bischung aus Action-Komödie, aber mit so ein bisschen mehr. Also es ist noch ein bisschen mehr Pepp dabei. Halt einfach das, was es beim Englischen Humor nennt. Manieren machen uns. Zu Menschen. Ich hab mich wirklich gewundert, wie sie das gedreht haben, wie das überhaupt so aussehen kann. Ich bin wirklich schwer begeistert. Fünf, vier, drei, zwei, eins. War geil, war super. Guckt's euch an, ist der Hammer. Was kann das Ding? Elektroschocks? Mach dich nicht lächerlich. Das ist eine Handgranate. Sie verarschen mich. Das ist krank. Das ist krank.